Das ist der Cash-Börsentag vom Freitag am 21. Juni. Grüezi miteinander. Gast heute, wie immer gegen Monatsende, ist der Cash-Guru Freddy Herbert. Mal grüß. Zentrales Thema heute sind natürlich die Äusserungen der US-Zentralbank und die Auswirkungen, die das auf die Börse auf die Woche hatte. Freddy Herbert, die US-Zentralbank, die FED, hat diese Woche gesagt, am Donntag bzw. Mittwoch zu Abend, dass sie die ultralockere Geldpolitik gegen Endejahre drosseln und nächstes Jahr sogar ganz einstellen können. Die Zinserhöhungen liegen schon ein bisschen in der Luft, Anfang 2015. Hat sie die deutlichen Worte von der FED überrascht? Ja, nein. Man weiss also seit einigen Wochen, dass der Bernanke und der Obama das Heu nicht mehr ganz auf der gleichen Bühne haben. Ich glaube, er will langsam los sein. Und der Bernanke will zuerst das ganze Geschäft den Kreis fertig machen und abschliessen. Und jetzt schon die Föhle einschlagen. Also wir sind da auch ein bisschen dem innenpolitischen Gerangel ausgesetzt. Erstaunlich ist ja an dem Statement von Bernanke, dass Konjunkturprognosen relativ gut sind, dass die Arbeitslosenquote vielleicht schon im nächsten Jahr auf die angepeilten 6,5% fallen werden. Ist das plausibel? Das hat ja so lange geharzt, die Wirtschaft. Ja, das billige Geld ist natürlich, die Amerikaner sind da durch, auch ein bisschen wie Kinder. Ich komme, es ist ein bisschen wie ein Bonbon in dem Kistchen, da können sie schon anschlutzen und machen und tun. Man sieht das auch. Und übrigens sind gerade Zahlen rausgekommen. Die Kreditkartenverschuldung hat wieder bereits zugegangen. Das ist auf einem massiven Rekord von 50 Milliarden Dollar. Also sie leben schon wieder flott, weil das Geld nichts kostet. Und das belebt Konjunktur und wird sicher zuerst einen weiteren Schub geben. Aber ob das jetzt langfristig gut ist, wage ich zu bezweifeln. Am Donnerstag ist ja dann eine prompte Reaktion gekommen. Der Finanzmarkt, es gab tiefe rote Zahlen überall, Aktien, Gold, Rohstoffe. Was aufgefallen ist, die Reaktion war nicht überall gleich gewesen. Zum Beispiel in Asien sind Märkte massiv deutlicher gewesen, als zum Beispiel in den USA oder in Europa. Warum? Ja, es ist klar, dass in Asien natürlich gerade fast gleichzeitig eigentlich rausgekommen ist, dass verschiedene Analysten ihre Wachstumsprognose für China zurücknehmen, sogar unter die offizielle Zahl. Dass in China ein Credit Crunch ist, also Übernachtgeld, das man hat von einem Tag auf den anderen, ist auf 25 Prozent zu uns gesprungen, müssen Sie sich das vorstellen. Also sie laufen temporär ein bisschen stier. Und was noch schlimmer ist, bei den chinesischen Banken sagt man, dass die notleidenden Kredite seien der Fonds so gross, dass sie langsam an der Oberfläche drücken, und man sie nicht mehr von der Regierung überdecken kann. Und das in den nächsten Wochen, Monaten grosse Probleme bringen. Auch in der Schweiz ist die Börse gefallen, 1,5 Prozent, ungefähr 2 Prozent fast im Tagesverlauf des Donnerstag. Wir haben hier einen Chart vorbereitet, von Jahresanfang bis heute im Swiss Market Index. Da sieht man, dass die Korrektur eigentlich schon im Mai angefangen hat. Vielleicht ist die auch nicht so deutlich ausgefallen am Donnerstag. Dort hat der Ben Bernaghi vor dem US-Kongress geredet, am 22. Mai, und hat dort die Chart-Weitungen gemacht. Also es ist eigentlich schon vorbereitet dort. Wir sind natürlich hier, wenn man charttechnisch spricht, in einem grossen Band von Supports zwischen 7, 5 und 8 Tausend. Und hierin sucht jetzt die Schweizer Börse das Gleichgewicht zusammen mit den europäischen Börsen. Es wird aber relativ schwierig sein. Aber es heisst einfach, dass es harzig wird weitergauen, nächster Zeit. Eben, da stellt man sich die Frage, stehen die Börsen, die jetzt wirklich 13 Monate gestiegen sind, 12 Monate, massiv gestiegen sind, fast nur ein Wecker? Stehen die Börsen an der Scheideweg jetzt? Ja, das ist ein bisschen zu früh zu sagen. Aber der Verdacht ist schon da, dass das könnte sein. Man sieht jetzt, dass jetzt die alten Zugpferden an der Börse, die jahrelang eigentlich vor dem Karre gestanden sind und gezogen haben, wie Swatch, Richemont, die werden jetzt fast gehöpft, kann man sagen. Weil dort findet jetzt das Gegenteil da. The higher the rise, the faster they fall. Und das tut sich jetzt ein bisschen beworhalten. Und das reisst natürlich alles ein bisschen mit. Und die Stimmung schlägt um, weil man auch Angst hat, dass das leichter Geld dann nachher einmal auslaufen könnte. Und der Umschlag kommt ja immer schneller, er wird nie angekündigt. Das ist einfach eines Tages so. Und das ist die klare Sache. Sie haben vor drei Wochen gesagt, dass die Anleger rechtseiten warten, noch mit Einstieg in Aktien kaufen, bis grosse Volumen da sind in einem grossen Ausverkauf. Die Volumen haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, oder? Nein, was ich gesagt habe, ist ja richtig. Wir sind 1'000 Punkte runtergekommen. Ich habe gesagt, es muss ein bereinigendes Gewitter sein. Es regnet immer ein bisschen, aber es hat noch nie recht die Donner oder den Sturm gemacht. Es müsste schon, erfahrungsgemäss sollten sich die Volumen im Keller unten, wenn es kehrt, verdoppeln oder verdreifachen. Und von dem sieht man noch nichts. Es ist kein Panic-Selling und es ist nichts da. Der andere Teil ist auch noch, dass bis Ende Monat, die nächsten paar Tage, auch die Anlagefonds versaufen, noch ein paar Geld wieder mit Aktien kaufen, damit sie da entsprechende Ausweise haben. Es hat also da recht widersprüchliche Sachen, die wir den nächsten Tagen und Wochen sehr auftragsam befolgen. Also Sie würden abwarten mit jetzt den Einstieg an die Börse, wenn man will investieren? Auf jeden Fall. Ich fahre mit leichtestem Rucksack und da probieren sich alle, wenn gross und stark sind, ich habe Zeit, zu warten, bis ich den Schirm nicht mehr brauche, das regeln. Bei uns hat jemand gesagt, ich würde sie bei Cash.co, dass es eigentlich auch nach dieser Fett-Äusserung, dass es volatile Aufwärtsmärkte geben könnte. Können Sie nicht das Gegenteil, falls es volatile Abwärtsmärkte geben könnte? Es wird eben beides geben. Das ist eben das, ich muss fast sagen, das Flücht-Algo-Trading, das Computer-Trading, das jetzt auch in der Schweiz über die Hälfte von allen Umsätzen macht. Und man sieht, dass es in der Börse plötzlich, wenn ein Titel umgeschichtet wird, dass dann plötzlich das Loch abgeht, das Loch aufgeht, was wir früher noch nie gesehen haben. und eigentlich keine rationalen Überlegungen da sind. Das wird leider noch zu nehmen. Die Partystimmung ist definitiv vorbei jetzt an der Börse, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Ja, das ist sicher so, ja. Ich glaube, den Himalaya müssen wir verschieben. Ich habe hier nochmal einen Chart vorbereitet. Sie haben es vorhin schon angeschaut. Das ist jetzt eine Aktie, wenn man den Kursverlauf anschaut. Wir können hier mal drauf schauen. Das ist der Aktienkursverlauf vom Urenhersteller Swatch in den letzten zwölf Monaten. Und man sieht dort, wie der schon seit Mitte Mai deutlich korrigiert und auch am Donnerstag vier Prozent gefallen ist, zeitweise. Ist das jetzt ein typisches Bild? Ja, das ist ein Spezialfall. Ich habe am Donnerstag noch mit Hongkong telefoniert und die haben mir gesagt, es hat verschiedene Sachen. Erstens, die Lager sind voll, die teuren Uhren laufen seit Monaten nicht mehr so. Und jetzt kommt noch etwas dazu, dass die grosse Antikorruptionswelle in China eigentlich eine ausgerechnete Luxusindustrie Swatch und Richemont tüpft. Wenn einer am Fernsehen erscheint von den Chinesen, schaut man zuerst, was für eine Uhr hat er am Arm und dann wird es gerade kommentiert. Also die getrauen sich bald nicht mehr. Sie werden am Schluss nur noch Swatch-Schuhe tragen. Das drückt natürlich enorm drauf, nimmt auch der ganze Wachstumshype raus und tut auch der Schweizerbörse weh. Ja, die Party ist auch. Man hat ja das auch gesehen, die Urexportzahlen sind am Donnerstag rausgekommen, die sind nicht gut gewesen. Richemont, Swatch sind unter Druck gekommen. Also wird das noch weitergehen? Ich glaube schon, dass der Trend länger geht, weil einfach jetzt das grosse Einkaufen, das fällt. Man hat ja gesagt, statt eine 100'000 Franken Euro für irgendeine zu bestechen, kauft ihr jetzt einfach 6 Omega-Uren für 2'000-3'000 Franken, um sie noch ein bisschen zu verschränken. Das gibt eigentlich zuerst eine Massenkonjunktur und danach gibt es eigentlich eine Marktsättigung. Und der Prozess macht mir jetzt voll mit und der wird sich auch in den Aktienkursen niederschlagen. Eine grosse Asset-Klasse, wo Sie eigentlich Fan sind davon, das sind die Edelmetalle. Die sind auch massiv unterträder gekommen, am Donnerstag nach den Fettäusserungen. Das ist der Goldpreis unter 1'300 Dollar pro Feinunzen gefallen. Das erste Mal seit dem September 2010. Ein massiver Sell-Off. Haben Sie diese starke Reaktion so erwartet? Ja, die Ausmaß von einer Reaktion kann man ja nie sagen. Ich kann auch sagen, dass ich gerade am Donnerstag jetzt das erste Mal genau bei 20 das erste Mal wieder ein bisschen Silber gekauft habe, bei 20 Dollar Dunzen. Und die Rappi jetzt kaufen. Es ist Saison, zum das wieder ein bisschen sammeln. Aber das könnte ja noch weiter runtergehen, die Edelmetalle-Preise. Ja, das ist mir recht. Da kriege ich billige Ware. Also da bin ich überzeugt. Also Sie kaufen da massiv zu jetzt? Ja, einfach gestaffelt. Den Weg zurück. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber die Niveaus, die wir hier hören, bei den Edelmetalle-Preisen Gold, wir hatten 1900 Dollar pro Feinunzen im Herbst 2011. Ja, das ist ein langfristiges Ziel. Heute und morgen nicht mehr. Aber ich meine, von dieser Dimension reden wir gar nicht mehr. Wir reden jetzt von euch, dass man sich im Keller unter sich positionieren kann und dann erstens erst mal reden und zweitens dann gute Grundbeteiligung machen. Aber das ist nichts Spektakulärs. Aber es ist besser, als sich da in die Aktien einkaufen, die laufend runtergehen, wo man weiss noch nicht, bis sie heben, bis die Volumen kommen, bis das sehr laut kommt oder auf Deutsch gesagt, bis das Auskotzen kommt und bis dann muss man warten. Auch die Währungen sind massiv runtergekommen am Dienstag. Vor allem Schwellenland-Währungen. Asien, Südamerika sind massiv verloren. Einen Profiteur gibt es denn schon noch von diesen ganzen Fett-Geschichten? Das ist der Dollar. Der ist gestiegen. Das Fett hat ja bis jetzt immer 85 Milliarden Dollar Anleihenkauft. Das geht zurück. Also der Dollar sollte eigentlich in den nächsten paar Monaten, vielleicht sogar weiter steigen. Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt davon. Und man sieht jetzt auch, wenn er jetzt reagiert hat im fernen Osten in den letzten Tagen, dass die Leute einfach auf den Dollar kaufen. Sie sagen, die Dollar werden sicher und Obligationen werden steigen. Es wird inflationär werden. Und dann wollen sie langsam dabei sein, wenn das etwas macht. Und ich glaube schon, dass das die erste Bewegung ist. Man sieht es auch im Frankenverhältnis, dass derzeit der Dollar absegelt. Da können wir vielleicht die richtige Parität 1 zu 1 heute, als Franken-Dollar. Und sind es etwa bei 3,94 Rappen? Also ich würde sagen, 6 bis 12 Monate ist eine Suchausmögliche, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt ist. Freddy Herbert, die Zeiten bleiben spannend. In den nächsten paar Wochen und Monaten danke für die Ausführungen und merci für den Besuch da bei unserem Studio. Das war es gewesen vom Cash-Börsentag von diesem Freitag. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF-Ton